Hier kommen wieder meine Klärbecken hin Was hab ich mit der Müll Ah Müll Moment, ich hatte doch da so ein Müllkraftwerk, das nicht tut Genau So Es ist keine Energie produziert Es vernichtet nur Müll Das ist keine Energie Es läuft, es läuft. Mulgore. Wunderschöne Bauernhöfe wird es hier geben. Oh, sieht man, wie ich wohne. 1A Ausblick. Ich habe Pferde, Pärsche, Klasse. A Klasse, einfach A Klasse. Ich habe Pferde, Pärsche, Klasse. Ich mache da nur ein Rohr, das rüber geht. Ich habe Pferde, 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 Pferde. Ich habe Pferde, 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 Pferde. Ich habe Pferde. Nichts. Das sind doch gleich Ausfahrten. Ach man. Idiot. Oh nein. Bin ich. Bin ich. Ja. so und wir machen wieder Plus das benötigt so eine Kläranlage da ich schon und 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 und